In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit Hilfe der Einstellung Bildschirmzeit den Zugriff auf einzelne Apps oder auf das ganze iPad regeln kannst. Um die Bildschirmzeit einzustellen, öffnest du die App Einstellungen. In den Einstellungen scrollst du links dann nach unten und entdeckst dort die Bildschirmzeit. Im rechten Bereich deines Bildschirms siehst du nun den Button Bildschirmzeit aktivieren. Mit einem Klick darauf bekommst du eine Übersicht, was dir die Option Bildschirmzeit ermöglicht. Ich klicke hier nun auf Fortfahren. Als nächstes wählst du aus, ob es sich um dein iPad oder um das iPad deines Kindes handelt. Wenn du dir dieses Video also nun als Elternteil eines Kindes ansiehst, wählst du hier iPad meines Kindes. Im nächsten Schritt kannst du eine feste Auszeit einlegen, also einen Zeitplan für Bildschirmfreie Zeit festlegen. Möchtest du das hier noch nicht festlegen, kannst du das auch später machen. Ich lege hier nun eine Bildschirmfreie Zeit fest um 19 Uhr und diese Bildschirmfreie Zeit soll bis am nächsten Morgen um 7 Uhr laufen. Ich klicke nun auf Auszeit einstellen. Als nächstes kannst du nun festlegen, welche Apps durch diese Auszeit limitiert werden. Geht es um alle Apps und Kategorien, nur soziale Netze oder Spiele. Das möchte ich allerdings später konfigurieren und ich klicke daher auf Später. Die Option für die Bildschirmzeit bietet auch noch Inhalt- und Datenschutzoptionen. Hier klicke ich allerdings nun auf Fortfahren. Als nächstes kann ein Code festgelegt werden. Mit diesem Code kannst du die Bildschirmzeit-Einstellungen ändern. Stellst du die Bildschirmzeit also auf dem iPad deines Kindes ein, wählst du einen Code, den nur du weißt. Diesen Code darfst du allerdings nicht vergessen, denn ansonsten ist ein Ändern der Bildschirmzeit für dich nicht mehr möglich. Ich wähle nun also einen Code, bestätige den Code und erhalte nun eine Abfrage für die Methode zum Zurücksetzen des Bildschirmcodes. Ich überspringe das nun und es wurde nun die Bildschirmzeit aktiviert. Dieses Fenster bietet dir nur noch weitere Möglichkeiten. Der erste Menüpunkt hier ist die Auszeit. Und du siehst, sobald du einen Menüpunkt verändern möchtest, wirst du um den Bildschirmzeit-Code gefragt. Ich gebe nun also meinen Code ein und gelange nun in den Auszeitmanager. Du siehst hier, aktuell ist mein Plan von 19 Uhr bis 7 Uhr und zwar täglich. Möchtest du nun für das iPad deines Kindes die Tage anpassen, klickst du auf Tage anpassen und du kannst nun von Montag bis Sonntag individuell Tage festlegen, an denen eine Bildschirmauszeit eingeplant wird. Ich wechsle hier allerdings wieder auf täglich zurück. Am unteren Rand des Fensters siehst du noch die Einstellung zur Auszeit blockieren. Ist diese Option aktiviert, wird das Gerät zur Auszeit blockiert. Ich gehe wieder zurück zur Übersicht der Bildschirmzeit und kann nun auch noch beispielsweise App-Limits festlegen. Das bedeutet, du kannst für jeden Tag ein Limit festlegen, wie lang eine App genutzt werden kann. Neben den App-Limits kannst du auch ein Kommunikationslimit festlegen. Dieses Kommunikationslimit gilt allerdings nur für iCloud-Kontakte und die Apps Telefon, FaceTime und die Nachrichten. Dann gibt es noch den Punkt Immer erlauben. Hier kannst du Apps definieren, die auch in der Bildschirmauszeit genutzt werden können. In diesem Fall ist beispielsweise die Telefon-App aktiv, die Nachrichten, FaceTime und die Karten. Möchte ich beispielsweise FaceTime in der Auszeit nicht erlauben, klicke ich hier auf das rote Minus und kann FaceTime nun löschen. Möchtest du eine App hinzufügen, die auch während der Auszeit genutzt werden kann, beispielsweise Teams, scrolle ich nun nach unten und wähle Teams aus. Mit einem Klick auf das Plus wird Teams nun hinzugefügt und Teams kann auf dem iPad genutzt werden, auch wenn die aktuelle Bildschirmzeit abgelaufen ist. Ich wechsle wieder zurück zur Übersicht und wir sehen uns noch den letzten Menüpunkt an, die Beschränkungen. Da es sich bei einem Schul-iPad meist um ein verwaltetes Gerät handelt, also ein Gerät, das in einem Mobile Device Management verwaltet wird, ist es zumindest bei uns in der Schule nicht notwendig, hier noch zusätzliche Einstellungen zu treffen. Ich wechsle also wieder zurück zur Bildschirmzeit und somit ist unsere Bildschirmzeit fertig konfiguriert. Möchtest du den Code für die Bildschirmzeit ändern, kannst du das unter Bildschirmzeit-Code ändern machen. Zusätzlich gibt es auch noch die Optionen, diese Bildschirmzeit geräteübergreifend zu teilen oder eine Bildschirmzeit für die Familie einzurichten. Das ist allerdings in unserem Fall für ein Schul-iPad wieder nicht notwendig. Es ist nun etwas Zeit vergangen und ich sehe nun bereits am Sperrbildschirm meines iPads, dass die Bildschirmzeit bis morgen um 7 Uhr eingeschränkt ist. Entsperre ich nun das iPad, fällt mir auch am Homescreen sofort auf, dass sich etwas verändert hat. Apps wie beispielsweise FaceTime, Bücher, Podcast und so weiter haben ein Sanduhr-Symbol, das signalisiert, dass die eingestellte Auszeit im Moment aktiv ist. Klicke ich nun auf eine App, beispielsweise hier Safari für den Browser, siehst du, du hast ein Limit für ORF-AT erreicht. Das bedeutet, wenn eine Seite angesurft wird, kann diese Seite nicht angezeigt werden. Ich schließe nun den Safari-Browser wieder und versuche noch eine weitere App zu öffnen, beispielsweise die Fotos-App. Klicke ich darauf, wird auch hier angezeigt, dass das Zeitlimit für Fotos erreicht wurde. Nun kann es natürlich vorkommen, dass das iPad trotzdem genutzt werden muss, beispielsweise weil noch eine Hausübung zu erledigen ist oder aus einem anderen Grund. Dafür gibt es am unteren Rand den Button für mehr Zeit anfordern. Wird auf mehr Zeit anfordern geklickt, kann man nun den Bildschirmzeitcode eingeben oder nur noch eine Minute zusätzlich anfordern. Ich gebe hier nun den Bildschirmzeitcode ein und ich erhalte nun die Möglichkeit, die Bildschirmauszeit für 15 Minuten, eine Stunde oder für den restlichen Tag auszusetzen. Ich klicke hier nun allerdings auf Abbrechen und wechsle mit einem Druck auf den Home-Button wieder zum Home-Screen. Öffne ich nun meinen Ordner Microsoft 365, fällt dir vielleicht auf, dass die Teams-App nicht ausgegraut ist. Klicke ich nun auf die Teams-App, wird die Teams-App geöffnet, da wir ja zuerst Teams als Ausnahme definiert haben und Teams somit immer geöffnet werden kann. Möchtest du die Bildschirmzeiteinstellungen auf dem iPad bearbeiten, wechselst du wieder ins Menü Einstellungen in den Menüpunkt Bildschirmzeit und mit einem Klick auf Auszeit kannst du nach der Eingabe des Bildschirmzeitcodes die Bildschirmzeit für das iPad wieder ändern. Möchtest du die Bildschirmzeit komplett deaktivieren, geht das am untersten Rand dieses Menüs im Menüpunkt Bildschirmzeit deaktivieren. Ein Klick darauf, bestätigen, dass die Bildschirmzeit deaktiviert wird und schon ist die Bildschirmzeit wieder deaktiviert. Auch wenn die Option Bildschirmzeit tolle Möglichkeiten bietet, ersetzt sie meiner Meinung nach nicht die Notwendigkeit, sich sowohl in der Schule als auch zu Hause mit der Nutzung des iPads auseinanderzusetzen und auch Regeln für den verantwortungsvollen Umgang und die Integration in den Alltag mit dem iPad festzulegen. Erpresa! Ersta! Vielen Dank.